So, nichts anfangs Grund und auf einmal kam hier der erste Spruch angeflogen, das ist ja Wahnsinn, ein Glück gleich der GoPro frei. Herrlich, sehr schön, einwandfrei. So, Datum wäre noch interessant, da haben wir ja auch zu wenig, also wir haben heute Mittwoch, den 22. März, ja, da kommt tatsächlich schon ein Struch angeflogen, das ist ja wirklich Wahnsinn, herrlich. Der Frühling ist da, meine Damen und Herren, wunderbar. Nutzen wir doch gleich mal den Kulti in Folge und stoppen das Video, das war jetzt, das hat jetzt wirklich gut gepasst, ich hatte gerne Einleitung, manchmal ist es ja ein bisschen schwierig zu finden, man kann das ja anfangen mit so, wie ich das halt immer mache, jeder hat da immer so seine Angewohnheiten und irgendwie verfolzt halt immer das Wasser. Naja, auf jeden Fall herrliches Panorama heute, wäre natürlich nicht schlecht, wenn eine Scheibe noch sauber wäre, aber klump auf den Dreck, ich bin nicht dazugekommen, die Kiste hier nochmal zu Wienern. Ja, Fußraten sieht auch gut aus, Miststreuer abgekommen und Koffer gleich hinten dran und jetzt machen wir hier den Rest. Mist noch einarbeiten, den Maisacker vorbereiten, hier sieht man noch den Dinkel aus dem Vorjahr, stand allerdings vorher Zwischenfrucht drauf, die ist abgefroren komplett und der Bereich, wo wir hier waren, das war der Bereich, wo wir die Kühe nochmal auf die Zwischenfrucht gelassen hatten und das hier nochmal ein bisschen abgehütet im Spätherbst. So, naja, auf jeden Fall ist es hier schon ein bisschen festgetreten, also man merkt das, also eigentlich soll die Zwischenfrucht hier ein bisschen tiefenlockern, aber wovon wir jetzt sind, das ist wohl das Problem, wenn man hier gefilmt und nicht Multitasking fähig ist und heute hier genau ins andere, naja, in eine andere Richtung fährt. Ist egal, machen wir uns hier schon mal einen neuen Anfang. Eigentlich mache ich das Päde zu Ende, ich mache mir erst so einen schönen Durchbruch, wie jetzt gerade, wir sind schon immer noch völlig abgeschwiffen, aber das ist ja auch scheißegal, machen wir jetzt einfach weiter. So, ja, ich mache mir einen Durchbruch, fahre dann halt immer ringsherum, wenn mir das aber dann zu groß wird, also wenn ich immer übelst weit drum herum fahren muss, dann fahre ich zwischen den Abstand von dem Bearbeiteten zum Bearbeiteten. Ja, so, wo waren wir jetzt? Völlig stehen geblieben. So, wir haben uns erstmal nochmal neu eingeordnet und jetzt können wir das nochmal ein bisschen erklären. Also hier waren ja die Kühe drauf, das hatte ich ja jetzt schon erklärt und da sage ich mal ab die Mästen, also alles was dahinter ist, da sind wir nicht drauf mit der Kühe, das wurde nicht abgehütet, da sieht man auch noch, die Reste von der Zwischenfrucht stehen, die natürlich auch aufabgefroren ist, Kameraführung oder sehr top heute. Ja, und da werden wir mal gucken, wie sich das bearbeiten lässt, weil ich war schon auf dem Stück gewesen, da stand die Zwischenfrucht wirklich gleichmäßig und ist auch sehr gut aufgelaufen, muss man sagen und da hat sich der Kuber wirklich akkurat durchziehen, dann bin ich mit 10 km high gefahren und hier fahre ich gerade ihr selbst mit 7 in manchen Bereichen, jetzt seht ihr wohl auch, aber, ja man hat hier mal so einen Profil dabei, da musst du halt doch mal ein bisschen das Young zurückschalten, dann scheiße sie sich noch aus hier, das Kleine. So, ja, und das wärs jetzt erstmal. Also machen wir jetzt einfach nur noch weiter mit dem Grubbern, hier ein bisschen unregelmäßig, da ist aber leider eine Senke, da lässt sich das nicht vermeiden, weil da muss ich ja natürlich auch ein bisschen hochkommen und wenn ich da ein Grubber hier vorne schon richtig drin rammle, dann komme ich natürlich nicht hochgefahren, oder wenn du mit Zweckarm hast. Also mache ich das nachher hier schön gerade runter, wenn ich hier eh es vorige Wände machen muss und dann passt das. Und das, was ich kriege, das bearbeite ich halt, wenn ich runterfahre beispielsweise und dann hebe ich halt noch ein bisschen später aus. Ist halt so. Aber das ist ja nicht groß dramatisch. Außer man ist ein Perfektionist, denn ist das natürlich schon schwer wie. So, alles klar, genug Grütze erzählt. Wie immer, keine Ahnung, was danach kommt, aber ihr werdet sicher gleich sein. Also bis dahin. Wir sind in dem Bereich angelangt, wo der Zwischenfrucht noch stand, also wo es nicht abgehütet wurde. Und ich muss sagen, fährt sich deutlich besser. Wir sind hier mit konstanten 10 kmh unterwegs. Ja, und in den schlechten Bereichen, das habt ihr ja gesehen, 7 bis 8 kmh. Eigentlich 8 kmh ist schon konstant geblieben. Außer es wurde wirklich mal zu fest. Das liegt auch ein bisschen an den Fahrspuren vom Missstreuer. Das liegt natürlich auch einiges, aber wir können ja das Material schlecht für den Hubschrauber ausbringen. Und darum müssen wir das allerdings hier auch mit der Tiefe ein bisschen anpassen. Also ich kann nicht ganz so flach, weil die Fahrspuren müssen ja eben auch wieder bearbeitet werden. Also das bringt ja nichts. Wenn die so festgefahren sind, muss es halt auch mal gelockert werden. Und in dem Bereich hier, merkt man es gerade, 8 kmh, hält halt auch schön fest. Ein ziemlich grenzwertig hier von der Feuchtigkeit. Aber es wird eben gleich besser. So, dann sind wir drüber weg und dann können wir eigentlich auch nur noch die Schwindigkeit drauf nehmen. Und dann pendelt der sich so langsam ein. Als hattest. irlandining. Und dannamin 13. undangler. Und dann ist das幸 doğru. Und dann passt sich die Aus. Dann Representative durchqu Fuß cooked hier auf mitve Comesquaß beiе. Und dann bin ich hier auf mit dem Metallauisch よろしく denke ich denn da. So, dann sa jo player die Betelung strobe아요. Und ich bin so zweiter großartig. Ich bin recht 잊lerin. bar 2 vom scheibenengen so es geht weiter immer noch auf dasselbe stück ja der plan war ein bisschen anders wir wollten ja eigentlich nicht noch mal mit der scheibenegge drauf sondern wenn dann final mit dem zwifter ist jetzt doch noch ein bisschen anders gekommen es hat sich doch noch eine ganz schöne grüße gefüllt wir hatten jetzt naja es war immer sehr windig und nicht so viel niederschlag obwohl wir jetzt im gesamten zeitraum bis jetzt hin eigentlich ausreichend wasser hatten da jetzt will ich nicht meckern da sieht es ja in anderen teilen europa ist jetzt schon anders aus wenn man schon nach österreich oder so problematisch also toi 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 bis jetzt schaut es gut aus jetzt haben wir zwar ein bisschen sonnenschein morgen soll aber wieder regen kommen so war es gemeldet so und unser plan ist jetzt hier maisacker vorbereiten jetzt mit der scheibenegge eben die kruste aufbrechen und dann machen wir das auch final noch mit dem zwifter und dann werden wir reinlegen mit unserer maislaymaschine da ist halt die problematik auch dass das die braucht ein sehr gutes saatbett ja da hat man letztes jahr eben gemerkt da hat man auch so versuche gemacht mit gleich rein also erst grubbern und dann auch gleich reinlegen es ist aber das war nicht so schön und dann kam auch nicht der passende niederschlag damit das auch alles schön gleichmäßig auf läuft und darum haben wir uns dies hier noch mal entschieden wirklich an akkurate saatbett hinzulegen ja minimal bodenbearbeitung in dem sinne kann man dann nur noch von der tiefe ein bisschen was machen da hat man jetzt beim grubbern also beim mit dem tiefen grubber mit dem zentlauer amazone das ding was vorher gesehen war wirklich maximal 10 cm jetzt hier im sandigen bereich das ist ja das stück wo es hier sandiger wird das ist hier der keil und da so das sieht man von der farbe vielleicht jetzt keine ahnung ob man das auf der gopro erkennt das wird da richtig schön lähmig ja also da musste man auf jeden fall eine 10 cm da schon mal ein bisschen unten rein rühren aber beim sandbogen hier da hätten jetzt auch fünf zentimeter hier reicht je nachdem so war sie erst eingestellt aber der grubber musste da hinten ein tiefer und wäre das doch ja das bringt ja nicht wenn man den grubber dann muss es ja dann sich auch irgendwie ein bisschen lohnen also wie manche kollegen sagen so tief wie nötig und so flach wie möglich so das erste gemachte bett ist fertig vom farblichen unterschied erkennt man es ist doch noch recht viel feuchtigkeit im boden aber oberflächlich ist halt das problem dass es so toll austrocknet und die gruste ist hier ein bisschen der verursacher dass es so staubt die klumpen die oben waren die sind mehr oder weniger ausgetrocknet und da hast du halt den richtigen bodenschluss gehabt weil es halt doch noch ein bisschen glüderig war und die da war es ja doch noch ein bisschen grenzwertig beim fahren wo der boden halt der noch mal gewendet nicht gewendet meine fresse wir fliegen ja nicht wo mit dem grubber noch mal gewischt haben sozusagen was hinten so rauskommt und was die walze andrückt ist dann doch noch gnädig und sobald das halt trocken wird wird das halt daraus eine schöne kruste was heißt schön hätten wir vielleicht noch in der wache gewartet mit dem grubber dann wäre das dann hätten wir wahrscheinlich ja das wissen wir auch nicht ob wir denn nur zwei arbeitssäge gebraucht haben das eigentliche war ja warum wir schon rausgefahren sind weil das ausfallgetreide der dinkel und allgemein die masse die oben steht je größer das wird dann entweder du musst mulchen oder hast eine schöne messerwalze dann mit der scheimähe finde ich eine sehr schöne kombination auch übrigens der ganze das machen nur mit dem grubber dann bei so viel material so viel organik was da oben dennoch drauf ist auch lämner organik da muss man den abwählen fährst du halt ein bisschen früher hast du halt das problem jetzt mit der kruste wegen der feuchtigkeit fährst du zu spät machst du den arbeitssägen trotzdem noch mal weil du halt dass das material alles nicht unterkost wie das machst machst das verkehrt also heute ist oben drin ja es hat doch mal einer zu mich gesagt das war noch in lehrzeiten an einem samstag oder feier da geht man hier vor da ist wahrscheinlich was sein aber nützt nichts ich bin noch nicht der einzige heute rumdümpelt nach dem betrieb habe ich noch fahren sehen machen wahrscheinlich auch meist auch zurecht mein vater ist auch nicht und tätig darum haben wir hier auch ein johnny davor und glas mit dem hätte man das wahrscheinlich auch machen können aber der wird halt auch zu hause benötigt ja mein vater der fährt ein bisschen futter gemachte zu hause in der runde wo also runde wo sagen wir ein bisschen ordnung gemacht wird und dass die kehrmaschine dran und dann macht er halt das ja und büfer soll und alles so was was halt auch nicht immer zu sehen ist ja es fällt halt so viel übernehmen bei an aber man ist nicht immer so flexibel mit der coco leider ja und soviel zum thema also film und arbeiten so ist manche da genau so ein thema passiert wunderbar und manchmal da bist du so aus konzept raus du schaffst eigentlich nichts weil du jedes mal woanders hinfährst jetzt habe ich zum beispiel schon mal ein nest durchbruch gemacht naja man hätte auch gleich nehmen ja es ist es reicht für heute wir sehen uns auf jeden fall wenn das wetter sich noch hält noch mal beim pflanzenschutz oder bei was auch immer wo bis dahin so Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute.